Meine lieben Freunde, heute wieder mal eine Preisfrage. Was macht dieser junge Mann hier gerade? Tja, und die Antwort, schreibt bitte an... Peter Cornelius, Ferdinand, Freiweg, 15, 1140 Wien, Österreich. Der Café ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Café ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb. Wann die ersten Sonnenstreuen, auf meine Augen niederfallen, dann hält ein Stimm, die wie Glocken klingt. So, der Café ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Café ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb. Wann ich irgendwas nicht vermissen mich, an jedem neuen Tag, an dem ich die Jungen aufmach, dann sind es diese vier Worte von dir. Der Café ist fertig, klingt es nicht ganz einfach lieb. Der Café ist fertig, klingt es nicht ganz einfach lieb. Wann die Glocken noch der Schlag, und ich komm wieder zu spät, wär' ich nicht nervös, spür' ich gar keinen Stress, wann du sagst. Der Café ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb. Der Café ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb. Der Café ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb. Untertitelung des ZDF, 2020